Der Einweiser vom Panzer. Spannend. Nein, nein, es ist noch nicht gespannt. Jetzt hat es gespannt. Und von mir aus, auf die Blödsinn, fertig, los! Oha! Halt einmal, gut! Halt! Halt! Ja, wie ist er das Ufer? Und bleibt aber jetzt trotz allem ruhig. Ich muss ein bisschen warten. Wart einmal. Man kennt es ja, es ist schon was los. Und lasst euch trotz allem jetzt noch mal zeigen, weil meistens bei uns ist es auch so ein zweites Mal, wir werden da gespunnen. Macht es jetzt genauso wie jetzt. Ich gebe euch das Zeichen. Und lasst euch Zeit. Spannend wieder schön langsam. Denn es soll natürlich keinem was kaputt gehen. Ich weiß nicht, wie ihr es ausschaut mit dem Gang mit dem Quartdruck. Und schnackt langsam, ist noch nicht gespannt, langsam, langsam, noch nicht gespannt, noch nicht gespannt, ein bisschen noch gut einmal. Okay, jetzt bleibt's. Auf die Blödsinn, fertig, los! Er holt euch ein bisschen. Jawohl! Jawohl! Zürich aussehe! Der Papst sagt, zürich aussehe. Na, lasst ihr jetzt auf. Super! Jawohl! Super! Ich glaube, das war mehr oder weniger. Es ist einzigartig in ganz Bayern und sicherlich in Deutschland. Super! An alle beiden großes Respekt würde ich euch sagen, dass ihr euch traut habt, zu nutzen. Respekt! Dankeschön! Und an die Zuschauer möchte ich mich natürlich ganz, 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 ganz herzlich... Vielen Dank!